Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von K-Mechanical Simulator. Kampagnen-Auto Nummer 19. Kundeherr Bounce Friedewalds. Hallo mein Freund, ich bin es wieder. Der Typ vom Offroad-Club. Mein Wagen eignet sich glaube ich doch nicht für Offroad-Touren. Hierzu kommt, dass ich beim letzten Ausflug mit dem Wagen von Herrn Bern angegriffen wurde. Das Ergebnis sehen Sie ja. Oh shit. Also Karosserie. Karosserie. Kann ich hier anklicken? Schade. Besorgen Sie bitte alle fehlenden Teile und führen Sie die nötigen Reparaturen durch. Ich komme vorbei, sobald der Wagen fertig ist. Vorher lasse ich dich auch nicht rein. Die Feigen. Hä? Ist das denn ernst? So nur ein kleines Ding? Achso, die fehlen tatsächlich auch. Ah, okay. Gut, die fehlen. Also tatsächlich halt auch. Gut, dann gehen wir mal ganz kurz. Äh, Karosserie-Teile. Achso, ich muss ja immer wissen, wie das Auto hieß. Ups. Olsen-Grant-Club. Olsen-Grant-Club. Ja. So. Links. Rechts. Rechts. Und die Heckscheibe hinten rechts. Karosserie-Scheibe. Äh, rechts. Genau. Nicht die Karosserie-Scheibe. Hinten rechts. Genau. Oh, verdammt. Egal. Für das Auto ist es gar nicht ganz so teuer. So. Müsste es schon gewesen sein. Na, aber. Koppelstange und. Einige Reif. Ben. Jetzt kann ich schon mal sagen. Ich heiße Reif. Oh, hab ich das schon mal erwähnt? Ja, ne? Ich glaube auch. Nein. Wieder rundher. Das war zu schnell. Ich wollte nur einen hoch machen. So. Mein Jutzer. Machst du einmal wieder das Wichtigste? Oh, ich sehe es schon hier vorne. Warte. An der Maus sieht man jetzt nicht. Äh. Spannrolle. Zündspule. Zündspule. Okay. Hier. Umlenkrolle. Sorry. Oh, bitte. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich habe keinen Bock drauf. Das ist so viel. Ich bin guter Mechaniker. Ja, keinen Bock drauf. Oder kann schon mal erhalten bleiben. Oder halt ganz bleiben. Bip, 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 bip. Funktioniert alles. Sehr gut. Funktioniert alles. Sag ich doch. Ich überlege gerade. Ja, aber die beiden Sachen sind wirklich kompletter Blödsinn. Ich meine, beim Tank prüft das Teil da. Und ich glaube hier die... Den Kraftstofffilter? Ach da. Ja, stimmt. Der ist da. Ähm. Ich muss... Tatsächlich muss ich dafür ein bisschen mehr ausbauen. Also ich sehe schon, der muss auf jeden Fall... Der muss auch. Also von daher... Der Rest sieht eigentlich okay aus. Der hier unten hatte mich noch ein bisschen... Ne, ist gut. Okay. Also muss ich ja eh ran. Ach so. Umlenkrolle Typ A und Typ B. Umlenkrolle. Ich kaufe beide einmal. Wäre jetzt nicht ganz so schlimm. Ach ne, Quatsch. Da unten muss ja auch noch einer ran, ne? Oh. Ist sogar ein Haken dran. Warte mal. Warte mal. Ne, Typ B. Kai-ri-men. Typ A und Typ Werder. Genau. Ja. Wenn wir hier oben mal kurz abbauen. Ach so. Zünd-Kerz-Zünd-Spule. Okay. Das sind mehrere. Also baue ich einfach mal alle ab. Okay. Ich logge nur auf der anderen Seite. Tatsächlich. Alter. Das gibt's gar nicht. Tatsächlich. Oh, das gibt's doch nicht. Ja. Okay. Das ist lächerlich. Genau auf der anderen Seite ist das, wo es ab muss. Oder gewechselt werden muss. Oh, Mann. Also Auto ist ziemlich links-rechtslastig. Okay. So, gut. Ach so. Hätte ich gleich wegmachen können. Zünd-Kerze. Klick. Oh, auch alle. Ah ja. Hier waren ja alle. Tab, tab, tab. Oh, verdammt. Doch, doch, doch. Einzelfunken doch. Ja. So. So weit schon mal so gut. Geht das alles unten? Keilriemen, Umlenkrolle, Keilriemen. Ja. Oh, ich will die ich nicht wechseln und so mit unschöner Reifen. Dafür bräuch ich jetzt hier echt so einen Assistent. Der jetzt hier den Mist macht. Oh, verdammt. Alter, das ganze Ding hier. Oh. Ach ja. die kubilar sind eigentlich gut aus ich weiß nicht ob die wirklich gewechselt werden muss ok das heißt wieder erst mal montagenieren also 100 prozent das ist halt immer schwer kaputt gegangen kommt trotzdem nicht rein ich hätte so oder so versucht also so ist es nicht doch mit doppel er hat auch aber so wie so ein blubber dran er lenke triebe lenke triebe das kommt wieder an das weiß ich ja das weiß ich ja ok die gummi lager die markiere ich vorsichtshalber mal spurstange und die kann ich direkt jetzt holen spurstange habe ich ja noch habe ich ja noch achs schenkel typ c typ c ach ich dachte davon habe ich mehrere gekauft verdammt schade von irgendwas habe ich noch mehrere gekauft auch nicht aber das ist natürlich dann doof normalerweise müsste ich davon jetzt auch einige kaufen damit ich hier auf lager habe aber naja doch hier oben beide neu da hatte ich schon drunter gut hitze schutzblech drei loch wieder hier das da richtig querdenk hoch v a unten tüch berdor oh Oh. Oh. Ich habe ja komplett übersehen. Verzeihung. Warte mal. Das Ding ist safe auch neu. Blö. Okay. Äh. Stabilisator VA Typ B. Stabilisator VA Typ B. 130 Euro. Oder halt Geld. Koppelstange B. Koppelstange B. Radler. Okay. Bremsscheibe. Bremsbeleger. Ich glaube hier war auch alles. Ja. Antriebswelle VA. Antriebswelle VA Typ A. Hoffe ich. Oh oh. Ja. Genau. So. So. geht sind weiter man sieht gott sei lang immer eigentlich schon ganz gut was wecken muss oder was neu muss da die das nicht noch nicht ganze achse sowieso nicht nur ok verstehe ich zwar jetzt nicht ganz warum ich davon was habe aber fällt mir gefällt mir ach ja die habe ich glaube ich aus versehen gekauft jetzt zu meinem vorteil habt ihr noch ein paar aber ist egal so stoßdämpfer ha 2 rohr öldruck achsch schenkel ha typ c habe ich auch noch mal schade ich freue mich über darüber wenn ich noch sowas habe von damals 195 für guckendinger steckachse habe ich auch gekauft oder nicht bremscheibe bremscheibe so hier mal kurz prüfen sehr gut kopf 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 fehlerbügel habe ich da tun noch nicht Nee, tatsächlich Na, der will Befestigungsplatte Ja, blau auch neu und beide Federbüschel Mist Befestigungsplatte Achso, toll, hier haben wir die Naja Hab ich auch nicht mehr Sehr gut Schluss einfach vorne Dämlich ein Felgen Zwei Felgen, alle Reifen Okay Machen wir erstmal das Aufziehen Achso Oh nein 20, 45, 45 Ach verdammt, welche denn Ich hasse es Da war noch eine Küste Altarian Premium 20, 45, 45 20, 45, 45 40, 44 4 Achso Okay, da ist das komplett kaputt Hätte ich jetzt nicht gedacht. Du Felgen. Nein! Das mache ich. Ex... Was? Exeter. Du Scheiße. Exeter. Exeter. Ah! Das sind die. Cool. Äh, 2. 20. So. I. Ah. So. Das sind Doppelquerlenker. Doppel... Für vorne auf jeden Fall. Perfekt. Das werden ja 100, 100 sein. Genau, das kommt auf die andere Seite. Ich glaube, ich will es gar nicht wissen, was ich da jetzt falsch gemacht habe. Oh, ne, ist da drüben. Oh, Mann. Ne, 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 ne. Auch nicht. Oh mein Gott. Was, was passiert hier? Hä? Stoß einfach vor Ort, Doppelquerlenker. Stoß einfach vor Ort, Doppelquerlenker. Warte mal, ist das eine falsche Feder? Tatsächlich. Da sind zwei falsche Federn. Feder. Ach, krass. Die kann man auch zusammenbauen. Ich hab doch nicht HA gekauft. VA? Ach, ich hab das falsch nur ausgewählt. Wow. Naja. Glauben, ich sollte nicht zu schnell machen. So, mein Jutzer. Was hast du noch auf dem Herzen? Scheimkleister. Ich denke mal wieder diverse Gummilager. Das heißt, du kommst hier wieder auf meine Rüderplatte. Ach, springt der an? Der Juter? Natürlich. Gleich, wenn ich aussteige. Ich hoffe, ich gucke mal nach hinten zur Wand. Boah, die dreht's ja permanent mal sechs. Und ich fahre permanent 100. Na gut. 140. 140, 150. Das ist ein schnelles Auto. Nur zwei? Guck mal, jetzt seht ihr, wie ich da hinten rausfahre gucke. Da habt ihr es gesehen. So schön geht das. Ich hab nur zwei gefunden. Das gefällt mir gar nicht. Okay. Ich kann mir aber schon vorstellen, wo die anderen beiden sind. Oder anderen sein könnten. Und zwar... Und zwar... Vier Stück, die ich noch nicht hab. Oh, verdammter Mist. Vier Sachen, die ich noch nicht hab. Boah, ich ahne Schlimmes. Ich ahne echt Böses. Boah, verdammt. Das war Teststrecke, ne? Oh, ist es kalt. Oh, jetzt drehen wir den richtig hier. Guck mal, jetzt drehen wir den richtig hier wieder auf 1000. Getriebe? Handbremse ist keine gute Idee. Na los. Alter Schwede. Guck mal, muss er drüber gleiten. Ja. Oh, wir waren 280. Komm, noch schneller. Oh, verdammt. Sorry. Ich hab jetzt schon da rübergeguckt. Sorry. Oh, Mann. Äh. Oh, er bleibt... Okay. Verdammt. Das sah eigentlich auch ganz gut aus, ja. Auspuff auch. Oh. Getriebe... Hat er sich auch gleich so gesehen mit geprüft? Ich... Ich... Ich seh schon was. Hab ich jetzt grad gesehen. Gott sei Dank. So siehst du es ja gar nicht. Nein. Echt nicht. Ich bin grad ein bisschen überfragt. Okay. Jetzt bin ich grad ein bisschen überfragt. Ich mein, ich persönlich würde ganz ehrlich sagen, dass das Getriebe, weil das so gequietscht hat, auch was hat. Aber... Aber... Boah. Das sind vier Sachen. Ich könnte jetzt das Getriebe einfach mal ausbauen. Ich überleg grad. Ich werd was anderes machen. Wo ich mir grad ganz, ganz, ganz... Mich traue jetzt zu sagen, sicher zu sein. Ne. Oder... Na, na, na. Das da. Ja, ist rot. Hab ich doch richtig gedacht. Na. Was kommt denn? Hopp, 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 hopp. Oh, Mann, oh, Mann. Oh, dann muss ich, glaub ich, die ganze Seite noch abschrauben. Oh, nein. Oh, nein. Naja, mir bleibt da nichts anderes übrig. Jetzt auch nur der Einer. ich bin mir zwar nicht sicher ich brauche hier die nicht mal steht das doch mal aus tatsache es war ernsthaft das ok na gut kaufen wieder einkaufen gehen shoppen abgas krümmer v8 ganz runter da ist er schon servo pumpe v8 knockenwellenrad so v8 nicht standard ach so zahnriemen v8 ich gucke allerdings zahnriemen v8 ja und nein so oder druck mal habe ich die zündkerzen rausgebaut oder verdammt das fand ich clever habe ich die ernsthaft rausgepuppen weh aber ich hoffe nicht tatsächlich hat er gute macht ne ja ja ah ist ehrlich aber ey komm wir haben alles gefunden das macht mich schon wieder ziemlich gläglich jetzt muss ich gucken ich weiß noch welche das war die muss 100% und die hier ich ich dings ran schraube äh ran mache werde ich jetzt nochmal gucken genau perfekt kailriemen 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 wir haben es geschafft ja stopp ich bin fertig 40 minuten ich bin fertig geil gut jetzt habt ihr euch aber für das fleißige zuschauen hier paar kisten verdient ich hatte vorhin hier noch welche gesehen zwischendrin wo ich mich selber gewundert habe wo die herkommen oh felge sieht das nicht so interessant aus auspuff und noch ein auspuff ja tschuldig ok die felge sieht echt scheiße aus was war das die eine kiste boah sorry aber weg damit gibt geld weiß ich wie fame bin ich so ganz kompliziert ok also auch real jetzt ne nicht nur in spiel ok jetzt haben wir natürlich das problem jetzt haben wir hier einige sachen die wir wahrscheinlich nie wieder irgendwie brauchen und die ganzen autosachen karosserie teile werde ich jetzt knallhart einfach jetzt verkaufen auch motorblock die sieht so geil aus die die will ich später auch haben auf jeden fall also jetzt nicht real sondern auf einem fahrzeug nur in größer ok hier oben sollte da eigentlich noch tuning kram sein ne ne Wasserpumpe hab ich die alle mal gekauft ja gut gut 37 minuten 37 bisschen länger jetzt wieder am physischen abonniere mich gib doch noch um und schreibt in die kommentare wie es dir gefallen hat tschüss bis 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 zum nächsten Mal.